Das Schöne bei den Anquatreppen ist, kaum bist du die erste hochgestiegen, wartet die Nächste auf dich, Takeo. Treppensteigen im Tempel von Takeo. Was man denn so Treppen nennt? Was man denn so Treppensteigen im Tempel von Takeo? Was man denn so Treppensteig im Tempel von Takeo? Was man denn so Treppensteig im Tempel von Takeo? Was man denn so Treppensteig in Tempel von Takeo? Untertitelung des ZDF, 2020